Die Bambi-Verleihung in Berlin. Hier wird die ganz große Robe rausgeholt. Denn schließlich soll der Auftritt auf dem 200 Meter langen roten Teppich für Aufsehen sorgen. Und das tut er. Nirgendwo sonst sieht man so viele schöne Kleider, nirgendwo sonst sitzt der Schmuck so perfekt. Und deswegen wollen wir gar nicht mehr viel reden, sondern einfach nur gucken. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018